Es klingelt. Das würde ich an eurer Stelle nicht tun. Nimm das Telefon runter. Oh, leck mich. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Der ist einfach rumgefallen. Ja, aber du hast ihn dazu gebracht. Ja, aber es ist nicht so, als hätte ich meinen Faser auf Wohnmacht gestellt. Du hast einen Faser? Nein, das wollte ich nicht. Ach, hört zu. Hey, ich brauche dringend eure Hilfe, okay? Können wir den Typen wieder ins Wohnmobil schaffen? Warte, bist du ein Alien? Für dich schon, das bin ich, ja. Willst du uns eine Sonde implantieren? Wieso denken das ständig alle? Wozu soll ich das machen? Sammle ich vielleicht vierze? Was kann ich von einem Arsch und lernen? Was? Tut mir leid. Wie heißt du überhaupt? Graham, Willi. Und wie heißt er? Das ist der Autor Clive Gollings. Okay, cool. Ich bin Paul. Paul? Ich stecke knietief in der Scheiße. Und wenn ihr mir nicht helft, dann erlebe ich den morgigen Tag vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wir haben einen engen Reiseplan. Hör zu, Mann. Ab und zu muss man an ein Risiko eingehen. Was sagst du? Was sagst du?